Moin Moin, hier ist der Zapp und weiter geht's in Fortnite Rette die Welt, Valentins Event, immer noch Lieder sammeln. Ich brauche noch vier Ghetto Blaster, um das perfekte Liebeslied wieder zusammen zu bekommen. Und da ich außerdem die Quest klein gehackt habe und zwei Zerstöre die Lagermissionen machen muss, gehe ich hier mal in dieses 23 plus, zerstöre die Lager in den Vororten. Vielleicht lässt sich das kombinieren. Dann sind drei Mitspieler, wunderbar. So, dann schaue ich hier mal rum. Da hinten sehe ich schon ein gelbes Ausrufezeichen. Dann flitze ich jetzt mal schnell hin. Ich glaube hier in dem Haus ist das... Hey Kumpel, trägst dein Gesicht auf dem Rücken. Da... Das hört sich interessant an. Eine halbe Stunde lang nur eine einzige Note. Sicherlich sehr künstlerisch, wie so ein Gemälde das nur aus schwarzer Farbe besteht. So, da ist auch gleich noch was. Zum einen ist hier ein überlebenden Bunker und da ist das nächste Radio. Okay, wenigstens sind sie sich mal einig. Modemgepiepe ist nicht eben. So, ich hoffe ich schaffe das, noch zwei Radios einzusammeln. Ohne dass hier die Zeit ausgeht. Einer weniger. Auf zum nächsten. Das nächste Lager könnte stärker befestigt sein. Überprüfe deine Waffen und Munition bevor du loslegst. Ruhende Lager können später aktiv werden. Uh, das Lied bringt's voll. Aber passt es zu uns? Hase, da kann ich nur mit den Schultern zucken. Keine Ahnung. Vielleicht sollten sie kein Lied suchen, sondern lieber selbst eins singen. Ich glaube darauf beläuft's jetzt hinaus. Oh, ein Spielplatz. So, und hier im Haus ist auch noch eine Musikmaschine. Ups. Ich möchte wetten, dieses Haus hatte mal einen Fußboden. Dann müssen wir eins bauen. Da ist das Radio. So, dann haben wir denen zumindest geholfen herauszufinden, welches nicht ihr Lied ist. Und ich gehe mal zu, dass ich meiner Gruppe helfe bei den Lagern. Ah, mir hat hier noch niemand das aktive Lager gefunden, glaube ich. Wo ist die Säule? Oh, ich brauche eine Pause. Da. Auf zur Säule und zum Lager. Warte mal. Hm. Scheinbar bin ich jetzt der einzige, der hier Lager macht. Oh, das macht mir nichts. Mit meiner witzigen Todmacherknarre. Ist das nicht so das Problem. Als ich die gefunden habe, war ich so dermaßen skeptisch, ob es irgendjemanden gibt, der so ein Ding benutzt. Ganz ehrlich habe ich auch noch nie einen anderen Spieler gesehen, der so ein Ding benutzt außer mir. Aber ich finde es total gut. Und du kannst dich besser gut vor. Hab das nächste. Überprüfe deine Karte. Hm. Runde 3. Kämpft. Noch zehn Minuten. Sie ist durch. Dann. Joker. Hilft auf jeden Fall jetzt. So, ich sehe es auch schon da ganz hinten Rennen, 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 rennen Wo sind die Speedboost Kugeln, wenn man eine braucht? Das ist ja Bienen, Waben, Kopf, Typen Wo kamen die Geschenkebockets jetzt her? Hier, Ladies, nicht so aus der zweiten Reihe schießen, kommt ruhig näher Da hinten ist noch was da Das ist das schöne an dem Totmacher, zielsuchende Raketen, da kann man auch mal auf Verdacht in die Richtung schießen, wo die Schüsse herkommen Ich meine gute Chancen, dass die Granate ihr Ziel von alleine trifft Diesmal klappt es nicht Kann ich nebenbei gleich noch für einen anderen Spieler Datensätze sammeln hier Und da ist die nächste Säule Ist ja gerade nicht so das hilfreiche Team Aber macht nix Ich mach das Lager fnass Joker hilft wieder Jetzt wieder jede menge viecher ins haus gesetzt oder? Jetzt kommen wir neue, die im haus waren, unabhängig vom lager Deine Waffe wird bald unbrauchbar. Den Satz höre ich ja gar nicht gerne Nummer eins und Nummer zwei Schauen wir mal Ah, sind wir eingezeichnet Wollte ja gerade eine Treppe bauen, aber hier gibt es schon eine Jurka Ich bin kein Bär Nun ist er kein Bär mehr Oder spielt einer wirklich den komischen Valentins Event Skin Ich bin mir ja nicht so ganz sicher, dass ich den spielen möchte Ich glaube das wird ein guter Held für die zweite Reihe Ah, keine Munition mehr Mein Todmacher, das ist allerdings ungünstig Schnell die Munitionspresse hier anschmeißen, wo gerade Pause ist Ja, das ist auch ein guter Moment für einen Luftschlag Der vierte Spieler ist auch aufgetaucht Langsam werden sie wach Na, ein Lager werden wir wohl noch schaffen Da muss ich stehen Ja, das ist auch noch ora Also, das ist nicht gut Aber ja, das ist nicht gut Ich bin jetzt nicht gut Ich bin jetzt nicht gut Ich bin jetzt der 논리 Weg mit dir, du lees an, also. eine granate links und eine granate rechts na eine minute 50, wenn das nicht zu weit weg ist, das ist eine ecke und eventuell schaffen wir es alle die brücke ist noch heiler so nächste welle mache ich jetzt mit minigun 30 sekunden, das wird eine knappe sache ja geschafft mal dem team danke sagen wenn sich jemand fragt warum ich immer gg schreibe, das ist good game die meisten werden sicherlich kennen aber lieber notfalls mal sagen so das war die erste von zwei lager zerstören die ich für die hauptquest brauche und die leader quest vom valentines event und niedliche 30.000 punkte eine stufe 4 truhe oder 3, ne 4 ist das glücklich 4, ja so ep und 7 silber, 63 gold und 9 anhänger und unser lied abgeschlossen 500 böller tickets für ein neues lama reicht es aber noch nicht aber beim nächsten mal ok ihr kennt das wenn ihr irgendwelche wünsche habt ideen vorschläge etc immer rein in die kommentare ich höre euch zu ich lese was ihr schreibt und antworte so schnell ich kann wenn ihr schon mal da unten seid die daumen könnt ihr auch gerne drücken wenn es halt total scheiße war in euren augen ruhig den daumen nach unten aber am liebsten ist mir natürlich der daumen nach oben dann wünsche ich euch einen schönen tag lasst es euch gut gehen und bis bald wenn es weiter geht in fortnite rette die welt ciao ciao euer zap